Beeplech So, zurück auf ein Feld, wo wir eigentlich schönen Silbermünzen gefunden haben. Haben wir frisch geäckert. Ob wir noch was finden. So, schauen wir mal, wie wir noch was finden. Klingeln, mit dem, dem, der, 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 die, der, Irgend so was auf 5 Groschen. Sehr kleines Schnallenfragment. Tiefe Säßenmasern hat der Iger-Färch schon mal so was gesehen. Ich fühle mich in der Kopfschwerer-Busch noch. Zehn. Etterlärkläwe. Was ist irgendwie so? Das wäre dann leicht dicht gewesen für sich den Bombenbauer. Hier haben wir noch das Fernsehen. Harmonische Plättchen, die Telefon leutet, es geht aber in Beamen. Und da bin ich mit dem Gemeinsamen. Mal sehen wir, dass es deckt. Hö, hö, hö. Läftix hat es vergessen. Müll. Ich kaufe das Loch, eigentlich war es doch. Keine Ahnung, das ist komplett unlesbar. Hö, hö, hö. 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 so wie es ist die Tür bin ich vorhin entlanggegangen und irgendwo wird es verpasst, dass es genau da am Schuchtern ist ein halber Teil von Jesus so, wieder einmal mit einem Plättchen, vielleicht ist es jetzt komplett ein halber Teil , alles ist geliebend wenn man sie so nach oben ist ein halber Teil ein halber Teil Ich werde auch wieder kratzen. Dann haben wir ein Stück. Dann braucht es sicher wieder. Pfeife. Das ist ein Pfeife, glaube ich. Ein Verbandes Klipsel. Das ist ein cooler Fund. Ein Bleikreuz. Das habe ich überhaupt noch nicht gesehen. Cool. Das ist eine Tundelfigur oder sowas. Das ist der letzte Tunnel. Ich muss da fahren. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ach gut. Schrotpatrone, glaube ich. Und sowas. Ähnliches.